Hyundai Cabaret Tage präsentiert Mo in Concert. 30 Jahre Mo, Günther Mokesch, das Jubiläumskonzert des Sängers, Komponisten, Autors und Produzenten aus dem Wiener Metropol. Mit dabei Freund und Kollege Andi Baum, sowie ein Überraschungsgast, aktuelle Hits und Klassiker von damals mit The Gangsters in Love. Mo und die schönste Band von Welt. Mo in Concert, heute 21.05 Uhr.